Im Grunde genommen sind wir die Immobilienmakler für Donneranreusche. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wir auf Privatbankniveau einen tatsächlichen Verkauf organisieren. Der klassische Makler geht üblicherweise die Transaktion vom Objekt raus an. Das heißt, er akquiriert ein Objekt, sorgt dann dafür, dass es entweder in seinem Netzwerk platziert oder ganz klassisch es ja im Internet hochlädt und findet dann da die Käufer. Da gehen wir anders vor, weil wir das Ganze auf das Niveau einer Privatbank heben. Das heißt, bei uns steht immer der Kunde im Vordergrund. Wir verbessern konstant unsere Prozesse, dass wir wirklich in der Lage sind, das Beste für den Kunden rauszuholen. Wir sind bei unserem Kunden, bei unserem Donneranreusche Kunden am Tisch dabei, organisieren das und sorgen einfach dafür, dass ja alle Parteien gemeinsam auf Augenhöhe die Transaktion sozusagen durchführen. Wir haben unser Netzwerk und in diesem Netzwerk können wir agieren. Deswegen, der größte Vorteil ist, dass es absolut, ich sag jetzt secret oder im Geheimen und es sind immer interessante Partner auf Augenhöhe und das bieten wir mit dem Netzwerk und eben auch als Donneranreusche Finanzsatz.